Hallo Leute und willkommen zu Stranded Deep. Ich bin leider ein bisschen spät dran. Das Spiel kam schon vor ein paar Tagen raus. Ich hatte es auch vor ein paar Tagen gekauft, aber ich hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Okay. Es war jetzt gerade ein bisschen sehr laut. Jedenfalls hatte ich jetzt mal einen kurzen Moment Zeit und habe gedacht, ich spiele das jetzt mal an. Brauche ich irgendwas? Ich glaube nicht. Also wer das nicht kennt, das ist sehr ähnlich zu The Forest. Nur halt ein bisschen schöner und mit dem Unterschied, dass die Map halt endlos generiert ist. Und dass man auch nicht wirklich irgendwelche großen Bedrohungen hat, außer Haie und so ein Kram überhaupt. Das wird sich denke ich immer noch ändern. Ja komm. Craft. Gib mir das. Zack. Das Spiel gibt es für 14,99€ auf Steam, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde es ist ziemlich günstig für so ein Spiel. Also sieht auch sehr schick aus. Es ist auf jeden Fall hübscher als The Forest. Ich mag The Forest definitiv trotzdem noch, aber es ist halt... Erstens läuft es schon mal besser. Und es ist hübscher und es ist auch mal was anderes. Was jetzt? So, jetzt mische ich auf meinen Platz glaube ich zurück. The Forest ist aber halt der Punkt, man... Okay, man hat halt diese Bedrohung durch die Eingeborenen. Das finde ich halt auch sehr... ...sehr cool. Ich habe es jetzt allerdings eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Ange-Russeln, die jetzt wieder sehr... ...angriffslustig sein, die Eingeborenen. Aber egal, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ab geht's in die Tiefe. Also ich fange jetzt in dem Spiel auch nicht wirklich bei Nullern. Ich habe vorher schon ein paar Streams gesehen. Nebenbei oder ein paar Videos geschaut. Was, ähm... ...an was das ja auch erinnert an Castaway. Hängt da ein Leiter dran? Katsache, da hängt ein Leiter dran. Rein da. So, und jetzt? Zack. Uh. Es gibt auch so kleinen Easter Eggs, die an den Film erinnern. Das werdet ihr hoffentlich später sehen. So. Dich. Jetzt ruht doch mal um dein Leben. Die Insel sieht jetzt nicht so aus, als ob ich da... ...da schwimmt was. Ich sehe es ganz genau. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob ich jetzt auf die Insel will. Ich glaube, ich nehme einen anderen. Ich nehme mal die da hinten. Sieht ein bisschen... Was ist die? Oder die? Ich nehme mal die. Sieht ein bisschen näher aus. Ähm, das spielt tatsächlich eine Rolle, wo mein Mann geht. Weil er hat nicht auf allen Inseln die gleichen Ressourcen. Und man muss später sowieso andere Inseln erkunden und von da Material hinholen. Weil irgendwann gehen die einem aus. So ein paar kleine Sachen irgendwie, wie... ...Yucca-Pflanzen oder sowas. Die wachsen nach. Das ist kein Problem. Aber halt größere Palmen, soweit ich weiß, die kommen nicht wieder. Clicking Simulator! Yay! Kann ich eigentlich die kleinen Fische töten? Das muss ich mal gleich mal ausprobieren. Wenn ich die essen kann, ist natürlich cool. Ah. Soll das einfach gedrückt halten können. Schwimmen und erleben! Seit dem letzten Patch gibt es auch Wale. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich sehe mal einen. Das fände ich ziemlich cool. Da schwimmt's! Gott, sind zwei! Momentan sind hier nur die Haie die Bedrohung. Tickerhaie nicht so unbedingt als die. Die greifen einen nicht gleich an, soweit ich weiß. Oder... Sie können ja lang greifen. Sie sind aber meistens friedlich. Das Problem... ...sind... ...weiße Haie. Ich hoffe, ich bleibe da drüben. Ah! Da ist was! Sieht groß aus! Ah! Weg! Zwei Stunden später. So! Hoch da! So weit's geht! Kann ich jetzt über die Insel schwimmen, ja? Egal, ist noch recht. Weg damit! Zack! Uh! So einen kleinen Teich hier! So, Graben gibt's. Das ist hier auf der Sammlung. Hello! Noch mehr Graben. Noch mehr Graben. Yucca-Pflanzen. Okay, die brauche ich. Die sind ganz wichtig. Stock. Steine. Ah, hier sind Steine. Okay. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Boot. Ah, das ist ein Boot. Okay. Schon mal keiner hier in der Nähe. Finde ich sehr gut. Was ist das da? Das sieht so cool aus unter Wasser. Na! Die Musik! Kein Hai! Weg hier! Ich hab's genau gehört. Wo ist er? Wo bist du? Ist du ein Sandhey, oder was? Also ich kann nicht zu 100% sagen, dass es stimmt, aber wenn die Musik im Hintergrund spielt, dann ist in der Regel ein Händernäher, und es scheint auch so zu sein. Wo bist du hin? Was mich jetzt interessiert, ist da jetzt hinter mir gespawnt, oder warte die ganze Zeit? Oh Gott, noch ein Hai. Noch ein Hai, da kommt ja noch einer. ETF? Das hat sich aber schnell rumgesprochen, dass ich jetzt hier bin. Egal, ich muss erst mal meinen Lagerfeuer bauen. Und meine Headshade und was weiß ich, was ich nicht noch alles brauche. Glück! Ich klicke wie ein Weltmeister, das hört ihr bestimmt auch. Ich habe leider momentan nicht so viel Platz, um mein Mikro anders zu platzieren, dass ihr das nicht mehr so hört. Okay, das sind scheinbar nur Tigerhaier. Ich hoffe, es bleibt auch nur bei Tigerhaien. So. Rope. Ende. Zack. Jetzt. Ich nehme gleich dich. Clicking Simulator. Und da kriegt man gleich die Kokosnüsse auf den Kopf. Sandshark. Ich sollte den ja eigentlich mal töten. Da, 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 da. Na, komm zurück. Schwimmleiter weg von mir. Da ist er. Da ist er. Komm her, komm her, komm her. Nein, ich will doch verschwinden. Verdammt. Ich glaube, man verbringt die meiste Zeit wirklich damit, die... Ja, ich habe es mitbekommen. Verschwinde. Man verbringt die meiste Zeit wirklich damit, die... Verdammt. Verdammten Loks auseinanderzunehmen. Warte her. Ich beobachte dich. Wo ist er? Hm. Ich weiß, es gibt noch eine Antrax zum Spiel und Macheten und sowas. Ich weiß nicht, ob es mit denen unbedingt schneller geht hier. Mit dem Zerhauen. Das müsste ich mal ausprobieren. Na, nicht gleich alles wegfliegen. Sagt meine Anzeige. Ist okay. So, mit O. Drauf da. Zack. Ha. Ach, Schwimmts. Kämpfer. So, setze ich das hin. Irgendwo, wo ich auch alles sehe. Ist denn hier vorne hin irgendwo? Okay, wo können wir es nicht hinplatzieren? Zack. Ups, so. Reichen. Kommt. Miet, 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 miet. Toll. Jetzt wollen sie nicht mehr, oder wie? Mich würde mal interessieren, ob man hier auf dem Boden irgendwas findet noch. Ich glaube es nicht. Ich glaube man findet nur ein Schiffswracks oder überhaupt irgendwelchen Booten oder sowas. Irgendwelche Items. Das sieht so schick aus. Ich hätte jetzt noch einen Oculus Rift Hatter, das wäre bestimmt übelst op. Ah, jetzt geht mir schon wieder Sauerstoff aus. Auch da. Hi. Hallo. Gibt es hier nicht mal eine Kiste oder sowas hier drin? Hi. Ach ja. Fisch. 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 Ah. Kann ich nicht glöppen oder so? Bin ich die jetzt gefangen? Scheinbar nicht. Ich bin da bestimmt irgendwie... Ne, scheinbar nicht. Okay. Brauche ich bestimmt irgendwas für die, um die, keine Ahnung, zu fangen oder... Angel vielleicht? Irgendwann. Später. Ich weiß nicht, ob es schon welche gibt. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendeinen Weg hätte, wie ich den töten könnte. Wo ist mein... Ich weiß nicht, ob ich ihn da rauslocken kann und dann töten kann. Ich höre dich. Zack, rein da. Glöckchen. Glück. Glück. Schwimmt noch einer. Ich seh' dich nicht mehr. Was denn? Oh, es ist schon wieder dunkel. Ah! Hallo, Mond. Ja, irgendwie sieht das schon ziemlich cool aus. War ziemlich cool dunkel. Ah! Ich hab's blubbern gehört. Was war das? Ich hab' immer noch keine Ahnung, was das ist. Zum Momentan scheint es noch keine Bedeutung zu haben, aber später vielleicht. Ob da vielleicht irgendwelche Kisten oder sowas aus dem Wasser rausholen kann oder... ...da schauen kann, ob da irgendwas drin ist. Also so viel Content hat das Spiel... ...bis jetzt noch nicht. Vielleicht das? Müsste. Aber es ist trotzdem schon ziemlich cool gemacht bis jetzt. Sicherlich hat es seine Bugs oder sowas, aber bis jetzt... ...bis da noch nicht so viel entdeckt, was da jetzt wirklich schlimm sein könnte. Dann halt nur so Kleinigkeiten. Okay, so. Was sagt meine Anzeige? Na, ich sollte nur was essen. Feier! Zack. Na! Das wollte ich nicht. Steam! Weg! Jetzt muss ich nur noch Krabben finden. Sag jetzt bitte nicht, dass die nachts nicht da sind. Wo sind die Krabs? Gib mir die Krabs! Sieh die nachts tatsächlich nicht da, ne? Warum? Hallo? Hallo? Arme Verfluchtei! Ich berühre mich jetzt trotzdem mal an der Grabe. Ah, da seid ihr alle. Da seid ihr alle versteckt. Zack. Das ist auch eine ziemlich coole Mechanik, also dass man das Essen tatsächlich selber drüberhalten muss. Oder drauflegen muss, dass gekocht wird. Das ist auch eine ziemlich coole Mechanik. Ich bin aber auch nicht gefallen. Vielleicht wissen wir, dass die Waffe hier drin ist. Also, das ist dann alles drin. Ja. Ich hab ich noch nicht gehalten. Ich bin aber auch gleich kalt in die Krabben. Ich bin aber die Krabben, dann bin ich doch nicht so klein. Ich bin jetzt zu einem... Ich bin aber zu einer hier. Da ist er. Komm her, komm. Irgendwann krieg ich dich. Ja. Ich meine ich. Kling. Essen ist fertig. So, nächste. Ah, komm zurück. Drauf da. Bleib. Bleib. Ja, mir ist der Fuß eingeschlafen, ist das ekel. Ich hasse das Gefühl. Er ist wieder da. Oh Gott, ich habe ein Scheißgefühl im Bein. Oh Gott, ich habe ein Scheißgefühl im Bein. Sobald ich irgendwie an den Rand gehe oder so, dann ist er weg. Er hat keine Lust mehr auf mich. Okay, fehlen bestimmt noch was. Ah, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Das habe ich nicht gedacht. Regen! Regen! Und... Geht mir Feuer aus. Verstehen wir nicht. Ja. Okay, das Wetter, das hat sich jetzt ganz schön schnell geändert. Ah, jetzt ist mein Feuer aus. Nein! Boah. Also man sieht ringsrum. So, das sieht man gar nichts mehr. Das nennt man das Haufenprinzip. Kämpferabett. Das kann ich dann bauen. Funde ich. Irgendwas fehlt. Zack. Äh... Nee, 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 nee. Ich bräuchte mal... Wo standen die? Da sind sie. Ich habe keine Ahnung, was noch fehlt. Ich nehme schon mal mit. Steine noch mitnehmen. Irgendwas brauche ich noch, um Wände zu bauen. Ich weiß noch nicht was. Oh, es hat aufgefallen, zu regnen. Ja! Sehr schön. Hilft mir leider trotzdem nicht. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man die Wände craftet. Ich muss da erst mal gucken. Meine Matze einfach zu wenig sind oder ob mir irgendwas fehlt. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendein spezielles Tool dafür haben muss. Oder muss ich mich markkündig machen. Äh... Es gibt auch sonst nix weiter, was ich nehmen könnte hier, oder? Oh, das ist zumindest erst mal ein Anfang. Ich habe schon noch ungefähr... ... mit dem Getreide nochmal hier dran. Das dürfte reichen. Dann ziehe ich ein paar Wände hoch. Ich sehe dich ganz genau. Irgendwann kriege ich dich. Wie auch immer. Das soll es für die Folge erst mal gewesen sein. Ich gucke jetzt im Internet nochmal. Da schwimmt noch einer. Verdammt. Wie ich das craften muss, oder ob ich wirklich erst auf eine andere Insel muss, dass mir vielleicht irgendwelche Matze fehlen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber ich wüsste jetzt nicht. Ich glaube, die Wände brauchen jetzt nicht viel anderes als die Foundations. Wie auch immer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin hält die Ohren streif. Und... See ya.